Musik Hallo Leute, wir sind's, die Schwarze Grütze. Wir möchten euch aus unserem Homeoffice einen Weihnachtsgruß senden. Euch lieben Menschen dort im Klacktheater in Wittenberg. Ein Weihnachtsgedicht zur Frauenquote. Du Weihnachtsmann, du Kinderschreck, du säufst uns nur den Glühwein weg. Bist außen rot und innen blau, darum will ich ne Weihnachtsfrau. Die hat dann auch nicht solchen Durst, drum kommt dies Jahr Conchita Wurst. Conchita Wurst? Ja? Dirk, das ist das Klacktheater. Ja? Das sind Männer, die tragen Frauenkleidung. Weißt du, die finden das witzig? Conchita Wurst. Du meinst, wir machen ein anderes? Das schneiden wir raus. Okay. Das ganze Buchsverlust. Machen wir halt ein anderes. Hallo, liebe Menschen dort im Klacktheater. Ein kleiner Weihnachtsgruß von uns, von der Schwarzen Grütze aus Potsdam. Das Weihnachtsfest fällt dies Jahr aus. Der Weihnachtsmann, er bleibt zu Haus. Dem alten Sack ist dies Jahr Schnuppe. Er gehört ja schließlich zur Risikogruppe. Besser? Dirk, weißt du, das ist das Klacktheater. Ja? In Wittenberg. Die haben ein super Hygienekonzept. Müssen trotzdem schließen. Meinst du, die finden irgendwas mit Corona witzig? Okay. Was anderes machen wir. Machen wir das hier. Das schneiden wir weg. Klar. Und triffst du dann den roten Mann ganz ohne Bart und Rute an und schreit dir auch nicht, ho, 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 dann ist es Bodo Ramelow. Das ist gut, oder? Das ist Wittenberg. Ja. Das ist Sachsen-Anhalt. Bodo Ramelow ist Thüringen. Alter. Ach so. Du willst Kabarettist sein. Und trägt er keinen roten Stoff, dann ist es Rainer Haseloff. Dann schneiden wir raus. Wir machen anderes. So. Okay. So. Hallo Leute. Wir sind's, die Schwarze Grütze. Wir möchten euch einen Weihnachtsgauf senden. Euch lieben Menschen dort im Klacktheater in Wittenberge. Liegst du nackt auf dem Küchentisch, ein Mann packt dich verführerisch und steckt dir dann das alte Schwein, Apfelstückchen hinten rein und Zwiebeln unsern Firlefanz, dann bist du wohl ne Weihnachtsgans. Bei dir kann man ja von hier arbeiten, das ist ein ganzes Scheißding aus, hier. Nee, nicht so schlecht.